In diesem Tutorial werden wir uns sowas wie ein Sonderfall bei der Veranschaulichung von Ebenen-Koordinatsystemen anschauen. Es geht um Ebenen, die durch den Koordinatenursprung verlaufen. Bevor wir uns gleich diesen besonderen Fall anschauen, will ich euch zuerst noch die üblichen Darstellungsmöglichkeiten in Erinnerung bringen. Es gibt Ebenen, die drei Spurpunkte besitzen, hier mit grün abgebildet, und entsprechend auch drei Spurgeraden, hier mit rot abgebildet. Dann gibt es Ebenen mit zwei Spurpunkte und drei Spurgeraden. Und es gibt auch noch Ebenen mit einem Spurpunkt und zwei Spurgeraden. Zur Erinnerung, die Spurpunkte sind die Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen. Und die Spurgeraden sind die Schnittgeraden mit den Koordinatenebenen. Damit sind diese X1, X2-Ebene, X2, X3 und X1, X3-Ebene gemeint. Wenn man dieser Art von Ebenen ein Koordinatsystem zeichnen möchte, muss man zuerst die Spurpunkte bestimmen und dann entsprechend mit Hilfe der Spurgeraden das Ganze zu einer Ebene ergänzen. Als nächstes wäre es natürlich interessant zu wissen, wie überhaupt so eine Ebene aussieht, die durch den Ursprung verläuft. Anhand der Ebenengleichung kann man das eigentlich sehr einfach erkennen. Wir haben hier eine Ebenenkoordinatenform, die auch bitter notwendig ist, wenn man die Ebene zeichnen möchte. Und wenn ihr die Koordinatengleichung genauer anschaut, sollte euch auffallen, dass hinten ein 0 steht. Das ist der direkte Hinweis, dass es sich um so eine Art Ebene handelt. Und eine Ebene dieser Art kann man beispielsweise wie folgt darstellen, also als Sechseck, wobei man anhand der Skizze erkennen könnte, dass die Ebene nur einen Spurpunkt hat, und zwar diesen Koordinatenursprung, aber dafür drei Spurgeraden, hier mit Rho dargestellt. Und weil dieser Spurpunkt nicht wirklich hilfreich für die Skizze ist, bedeutet das für uns, in erster Reihe müssen wir die Spurgeraden bestimmen, also das sind, wie bereits erwähnt, die Schnittgeraden mit den Koordinatenebenen, und der Spurpunkt dient in diesem Fall nur ein bisschen zur Orientierung. Und hier ist unsere Beispielaufgabe. Wir wollen also diese Ebene E in einem Koordinatensystem darstellen, und das Einzige, was wir von vornherein wissen, ist die Tatsache, dass die Ebene durch den Ursprung geht, hier mit grün dargestellt. Also, wie bereits erwähnt, brauchen wir als nächstes die sogenannten Spurgeraden, und das sind die Schnittgeraden mit den Koordinatenebenen. Wir werden dann mit jeder der drei Koordinatenebenen, damit meine ich x1, x2-Ebene, x2, x3 und x1, x3-Ebene, dieser Spurgeraden bestimmen. Wie bereits angedeutet, werden wir zuerst die Spurgeraden mit der x1, x2-Ebene bestimmen. Zur Erinnerung, wenn man einen Punkt in der x1, x2-Ebene hat, ist die x3-Koordinate immer 0. Und diese Eigenschaft können wir uns hier in unserer Ebene zunutze machen. Das bedeutet, wir werden das x3 einfach mit einer Null ersetzen. Entsprechend bleibt dann aus der Ebenengleichung nur noch 4x1-2x2 ist gleich 0. Um diese Rechnung weiterzuführen und unser Schnittgeraden zu bestimmen, müssen wir für eine dieser x-Ebene ein Parameter einsetzen. Ich werde jetzt einfach für x1 Parameter t wählen, und t ist Element von R, so deklariert man halt Parameter. Und jetzt zählt das als bekannte Lösung. Das können wir dann in unserer Gleichung einsetzen und nach x2 umformen. Entsprechend haben wir dann 4t minus 2x2 ist 0. Dann bringen wir dieser 4t mit minus 4t rüber. Haben wir dann minus 2x2 sind gleich minus 4t. geteilt durch minus 2, kriegen wir dann entsprechend für x2 raus, einfach 2t. Wir wollen natürlich eine Schnittgerade angeben, deshalb ordnen wir diese drei Lösungen, diese x1, x2 und x3. Ich schreibe sie erstmal sauber untereinander. Also x1 war t, x2 war entsprechend 2t und x3 war 0. Daraus können wir jetzt eine Geradengleichung bilden. Das ist eine zerlegte Gerade. Wir müssen nur noch ein paar Lücken füllen. Hier vorne steht der Stützvektor 0, 0, 0. Natürlich, die Spurgerade geht durch den Ursprung. Und hier vor dem t haben wir eine 1 und hier unten steht wieder eine 0. Das bedeutet, ich werde jetzt diese Gerade als G1 bezeichnen. Das ist die erste Spurgerade. Und die hat die Gleichung dann 0, 0, 0. Das kann man auch hinschreiben, aber sich auch sparen, wie man möchte. Ich werde jetzt einfach diese 0 und 0 hier weglassen. Und dann schreibe ich t mal, und der Richtungsvektor, glaube ich auch ganz gut erkennbar, 1, 2 und 0. Das wäre dann die erste Spurgerade. Und auf ähnliche Weise können wir jetzt auch die anderen zwei Spurgeraden bestimmen. Also, in der x2, x3 Ebene ist die x1-Koordinate 0. Das bedeutet, aus der ganzen Ebene bleibt dann nur noch minus 2, x2, plus 4, x3, ist gleich 0. Dann fügen wir zum Beispiel für x3 ein t ein. Also, ich sage einfach, x3 ist gleich t. Entsprechend haben wir dann minus 2, x2, plus 4t, ist 0. Formen wir dann wieder nach x2 um, also minus 4t. Minus 2, x2 sind dann gleich minus 4t. Und dann noch geteilt durch minus 2. Somit kriegen wir für x2 2t raus. Dann die drei Lösungen wieder sauber schreiben. Das heißt, x1 war 0. x2 war zufälligerweise wieder 2t. Und x3 war dann entsprechend t. Ergänzend zu einer Geradengleichung. Hier haben wir wieder 0er, die können wir auch weglassen. Hier steht auch eine 0 und hier vor dem t haben wir eine 1. Das bedeutet, die zweite Spurgerade, g2, hat dann entsprechend die Gleichung t mal 0, 2 und 1. Und für die letzte Spurgerade nehmen wir natürlich für x2 0, setzen wieder oben die Ebene ein. Und dann bleiben nur noch 4x1 plus 4x3 ist gleich 0. Entsprechend wähle ich wieder für x3 den Parameter t. Setze ich hier ein. Dann habe ich 4x1 plus 4t ist 0. Minus 4t. 4x1 sind dann minus 4t. Und geteilt durch 4x1 ist dann minus t. Die drei Lösungen schreibe ich wieder sauber hin. Also x1 ist dann minus t. x2 war 0. Und für x3 habe ich ja das t gewählt. Vorne haben wir wieder 0, 0, 0. Hier steht eine minus 1 vor dem minus t. Dann hier 0 und dann wieder hier eine 1. Also die letzte Spurgerade, ich nenne sie jetzt g3, hat dann die Gleichung. Da der Stützvektor wieder 0, 0, 0 ist, lasse ich ihn erneut weg. Und dann steht nur noch t mal minus 1, 0 und 1. Gut, jetzt könnten wir entsprechend alle dieser drei Spurgeraden in unser Koordinatsystem eintragen. Fangen wir doch mit g1 an. Und dieser Gerade wird dann entsprechend so aussehen. Zur Erinnerung, wenn man eine Gerade in ein Koordinatsystem eintragen tut, fängt man immer beim Stützvektor an. Das ist natürlich 0, 0, 0. Und von diesem Stützvektor aus zählt man die Koordinaten des Richtungsvektors. Der Richtungsvektor lautet 1, 2, 0. Das bedeutet von Ursprung aus, sagen wir 1 in die Richtung, 2 nach rechts und 0. Das bedeutet genau hier wäre beispielsweise die Spitze des Richtungsvektors. Auf die gleiche Weise kann man selbstverständlich noch g2 und g3 eintragen. Und wir haben bereits bei der Einführung gesehen, die Ebene soll am Ende wie ein regelmäßiger Seckseck aussehen. Das kann man erzielen, indem man jetzt irgendwelche Punkte auf dieser Geraden wählt und dann miteinander so verbinden, dass es schön aussieht. Oder wenn man es ein bisschen genauer machen muss, dann bestimmt man jeweils zwei Punkte auf jeder Spurgerade. Das bedeutet, ich nehme zum Beispiel g1, setze für t zwei verschiedene Werte, einmal 2 mal minus 2 und damit kriege ich die Punkte p1 und p2 raus. Das gleiche mit der Geraden g2, das setze ich für t1 und minus 1 ein und dann habe ich die Punkte p3 und p4. Und nochmal mit der Geraden g3, mit den Parameterwerten 2 und minus 2, dann haben wir p5 und p6. Und jetzt kann man alles außenrum zu einem Seckseck ergänzen. Und das wäre dann die Darstellung dieser Ebene. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. In diesem Zusammenhang spielt natürlich auch das Umformen von Ebenen eine wichtige Rolle. Um ein Ebenenkoordinatensystem darzustellen, braucht ihr immer eine Koordinatenform. Außerdem, wie ihr bereits gesehen habt, die gegenseitige Lage von zwei Ebenen wird benötigt, um die sogenannte Spurgerade auszurechnen. Und es gibt noch die allgemeinen Fälle bei der Veranschaulichung von Ebenenkoordinatsystemen. Wenn bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn Euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.